Motherfucker, ich pisse aufs Game, wir halten zusammen, man zählt auf die Cave. Einer für alle und alle für einen, wir sind ne Gemeinde. Viele Heb-Indien habt wie ein Space Shuttle, ich komm zu dir nach Hause und zerbrech deinen Leber-Sinn. Ella, Essen ist in 5 Minuten. Alexa, erzähl mir was über Amazon Echo. Amazon Echo ist und bleibt der größte Drecksverein, dafür kriegt ihr auf die Fresse. Cheerio, wollt ihr aufs Maul, A und K, ich mach euch alle fertig, mit ein paar Links-Rechts-Seiten-Lieber. Oh Moment, ich bin in einer Maschine, das klappt ja gar nicht mehr. Okay, cool. Alexa, wie viele Teelöffel sind 10 Milliliter? 50 Teelöffel. Alexa, da spiel meine Samstags-Playlist. Hier hast du direkt steppt deine Samstag-Playlist. Alexa, lauter. Und wem ist das? Das ist von mir. Nicht schlecht. Ah, da bist du ja. Danke, Papa. Schmeckt's dir? Mama wird sich freuen. Alexa, setz bitte nochmal das Wok-Gemüse auf die Einkaufsliste. Vegetarische Speisen sind nun auch deine Einkaufsliste. Alexa, was steht für morgen auf dem Kalender? Auf dem Kalender steht das da, dein Mauer. Sollst mir nicht, tut mir leid. Alexa, wie wird das Mettermorgen? Morgen wird ziemlich beschissen. Es wird scheiße regnen, Erdbeben werden entstehen und Japan wird die ganze Welt übernehmen. Pass mal auf. Alexa, erzähl mal einen Witz. Was übt ein A-Klasse-Fahrer beim Erste-Hilfe-Kurs ganz besonders? Die stabile Seitenlage. Amina Kroi, um Salam Hussein. Das ist das Hörbuch, du kleine dreckige Bitch, ey. Alexa, Hörbuch aus. Okay, okay. Und jetzt ab ins Bett, kleine Maus. Alexa, Wohnzimmer, Licht aus. Kannst du dich auch mal entscheiden? LedeläerERERER. LedeläerER. LedeläerER... La, 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 la